Und hier ist eine Menge Zeug drin, mein Lieber Scholli. Kennst du den lieben Scholli? Der liebe Scholli bin ich. Das ist Eveningland. Eveningland mit Nightingale aus der YouTube-Audio-Bibliothek. Auch eine schöne Hintergrundmusik. Upsa. Duing, 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 duing. Wichtig ist für mich auch, dass wir immer wieder leveln. Also, dass wir uns unsere XP-Propels zusammensuchen. Nicht nur, weil wir das können, sondern weil das unter Umständen auch nötig werden könnte. Ups. Natürlich habe ich mich gleich wieder verhauen hier. Äh, hier. Dip, dip. Farbstoffe brauche ich. Farbstoffe, Farbstoffe, Farbstoffe. Ja, und wichtig ist, dass wir leveln und Diamanten finden. Sonst macht das ganze Leveln keinen Sinn, weil ich würde ganz gern schon noch ein Schwert bauen. Und das vollentschanten. Einfach auch, weil wir es können. So, hier ist noch mehr. Zack. Siehst du. So, das sind dann alles Klamotten, die du eigentlich so nicht brauchst. Deswegen, bevor wir uns wieder im Kobbel ersäufen können, hau ich ihn gleich wieder weg, weil das wird sich immer wieder ergeben. Kobbel werden wir immer wieder kriegen. Ups, Ups. Zing, 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 zing. So. Bin ich in die falsche Richtung gerannt, oder war das mit mir? Hier muss doch jetzt Lava kommen. Da kommt auch Lava. Okay, also bin ich nicht in die falsche Richtung gerannt. Ich dachte schon. KST Beats. Der spielt jetzt Dream Speed 56. Das finde ich super. Super vor allem mit Ü. So. Wir könnten hier schon mal so basteln. Dann kann der ganze Scheiß schon hoch. Guck mal, was sich hier schon an Erzen ergibt. So, jetzt wird es aber auch schon eng. Jetzt haben wir hier nämlich schon keinen Platz mehr. Mehr, 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 mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, wir haben aber noch ein bisschen Möglichkeiten. Zipp, 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 zipp. Der kann raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ähm, hier. So geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ähm, das ist hier und hier. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut, das wird nix. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da kommen wir nicht weit. Dafür haben wir zu wenig Gravel einstecken. Da müssten wir dann Sand nehmen. Aber ich will den Sand jetzt noch nicht so verballern. Ich brauch den noch für Glas. Hm. Äh, nein. So. So. So, dann kannst du hier aber zumindest noch die restlichen Klamotten rauskramen. Äh, das hier nehm ich auf jeden Fall noch mit. So. Huch. Ba-da-da. Das verbaue ich natürlich nicht. Ich verbaue Kobbel. Äh, das sieht dann so aus, ne? Das sieht dann so aus, ne? Ne? Ne, das wollen wir nicht, ne? Äh, zapp, 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 zapp. Äh, zapp. Äh. Das füruise, 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 gegrüise, gegrüise. Schon fett. Schon sehr fett. Äh. Irgendwie so. Ach, noch nicht. Noch nicht. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Bim, bing, boink. Und zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht oder was auch immer. Ich habe es wieder verzählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben. Acht. Jede Wette dahinter befindet sich Lava. Siehste, siehste. Das Kamee steht in der Wüste. Zing, 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 zing. So, und das war es auch schon. Mehr habe ich leider nicht. Schwierig, schwierig. Das geht. Ich glaube, das bringt nichts, was ich hier mache. Weil das ist genau das, was es dann nicht bringen soll, weißt du? Das ist dann hier, gibt Grüße, blödsinniger Natur. So. Das ist ja alles Blödsinn, was ich hier mache. Guck dir das mal an, was hier Lava noch rumliegt. Und wie weit das noch nach hinten reicht. Ja, das bringt nichts. So, eins, zwei. Da kannst du noch maximal so arbeiten hier. Und das war es dann auch schon. Also brauchen wir im Grunde noch ein bisschen mehr Füllmaterial. So könnte es gehen. Äh, nein, das bleibt da oben drauf. Wir tauschen das einfach mal ein bisschen aus. Zack. Ähm, eins, zwei, drei, vier. Das hier ist der, der Gang. Der Gang, verstehst du? Der Gang. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das bringt nicht so viel ein, wie ich das erhofft hätte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei. Vier. Ja, das war es schon. Und vorbei. Das ist doch, ist viel zu weit. Okay, das lassen wir sein. Weil es ist Quatsch, da drüber zu buddeln. Das ist Teneff, sich da irgendwie vorzugraben. Wir laufen ja drumrum, das heißt, wir kämen von der anderen Seite sowieso wieder ran. Und da hinten bildet sich ja auch Wasser dann. Und ja, komm. Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Aua. Aua. So. Wir haben wahrhaftig, wahrhaftig ohne Ende Redstone, aber ich muss es mitnehmen. Und dahinter sehen wir, dass sich nämlich Eichen verbirgt. Ähm, komm ich hier wieder rauf? Ja, komm ich. Wir haben keinen Göbelstone mehr. Oh, ist natürlich doof, wenn wir das jetzt natürlich alles so verballern. Ähm. Äh, Cobblestone kriegen wir aber gleich wieder hin.